ja hallo ich hatte schon öfters in den letzten tagen versucht etwas zu sagen und habe dann halt videos beziehungsweise audios aufgenommen und es ging leider nicht durch die zensur und dann erzähle ich euch heute einfach ja dass ich meine wohnung gekündigt habe und ich nehme jetzt zweimal in der woche polnischen sprachunterricht und ich werde nach warschau auswandern ja ich hoffe dass ich das sagen durfte dass das durch die zensur geht und ich wünsche euch einen schönen sonntag